Auf die Berkler Industrieservices GmbH können Sie sich beim Auslagern von Arbeitsprozessen verlassen und sparen so Zeit, Platz und Arbeitsaufwand. Entscheidend ist, dass wir Ihnen keine vorgefertigten, sondern immer an Ihrem Bedarf orientierte Lösungen anbieten. Das gilt auch für unsere Leistungen im Verpackungsbereich. Als Experten für Verpackungsservice im Rhein-Main-Gebiet legen wir Wert darauf, unsere Kunden gut zu beraten. Neben der Verpackungsart und Optimierung gehören auch Vorschläge zur Verbesserung der Logistik zu unserem Service. Eine Verpackungsart ist das maschinelle Verpacken im Polybeutel. Dabei können einzelne Artikel oder auch Sortimente transparent und geschützt im Beutel abgepackt werden. Diese Verpackung ist sehr flexibel und für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete geeignet. Selbstverständlich können die Beutel auch individuell bedruckt oder mit Etiketten versehen werden. Seit über fünf Jahren nutzt die Firma Berkler Industrieservices die Verpackungsmaschinen der Firma Automated Packaging Systems. Verpackungsmaschinen mit einer Leistungsfähigkeit von bis zu 80 Beutel pro Minute. Zudem wird der Beutel mit dem Wunschetikett direkt bedruckt. Die Firma Berkler verpackt viele Kleinteile, Schrauben, Schraubensets und nutzt die Verpackungsmaschinen auch aufgrund der Zuverlässigkeit, der Prozesssicherheit und dem exzellenten Service der Firma Automated Packaging Systems. Neben der fachgerechten Verpackung bieten wir Ihnen auch logistische Leistungen, wie zum Beispiel Hohl- und Bringservice, Lagerung und Versendung. Sprechen Sie uns an! Sprechen Sie uns an!